Maud Adams ist eine schwedische Filmschauspielerin und ehemaliges Model. Biografie Maud Adams wurde durch ihre Rolle in dem James-Bond-Film Octopussy bekannt. Octopussy ist der Name einer Zirkuschefin, die von Adams dargestellt wird. Sie ist die einzige Hauptdarstellerin, die in zwei verschiedenen James-Bond-Filmen zwei verschiedene Charaktere verkörperte. Denn bereits 1974 spielte das ehemalige Model in der Mann mit dem goldenen Colt Andrea Anders die geliebte Scaramangas. 1985 hatte sie in Im Angesicht des Todes noch einen Cameo-Auftritt, als sie zufällig am Drehort anwesend war. Nach diversen Action- und B-Movies drehte sie ab Anfang der 1990er Jahre nur noch Filme, die entweder ausschließlich im Videohandel erschienen oder für das Fernsehen bestimmt waren. Mitte der 1990er Jahre spielte sie in zwei TV-Serien des schwedischen Fernsehens mit, um 1996 ihren vorerst letzten Filmauftritt zu haben. Im Jahr 2000 absolvierte sie einen Gastauftritt in einer Folge der Comedy-Serie Die wilden 70er. Im Anschluss trat sie erst wieder 2008 mit einer Filmrolle in Erscheinung. In erster Ehe war sie mit Roy Adams von 1966 bis 1975 verheiratet. Seit 1999 ist sie mit dem Richter Charles Rubin verheiratet. Filmografie 1974 Der Mann mit dem goldenen Colt 1975 Rollerball 1976 Söldner 1979 Kojak-Einsatz in Manhattan 1978 Starsky und Hatsch 1979 Die Geschichte der Laura M 1980 Operation Eiffelturm 1981 Tattoo das Mal der Rache 1982 Target Gewalt gegen Gewalt 1983 Octoposi 1985 Im Angesicht des Todes 1987 Jane und die verlorene Stadt 1988 In geheimer Mission 1 Folge 1988 L3 The Final Chapter 1989 Die Favoriten 1996 Walker Texas Ranger 2008 The Seekers 30 Weekend ���lees Prodez The Final digo What that is Coans 80 Besold Krisen La Cocos coated Aus Ber Trago Die impose cruz